Bevor es jetzt losgeht, checkt gerne meinen Partner ab, Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr Rocket League Items, Chests und Keys kaufen und auch verkaufen. Und mit dem Gutschein-Code AnyArt spart ihr dabei noch satze 3%. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von dem berühmten Spiel Rocket League, das alle so sehr mögen, vor allem Danu, Basti und Yannick. Hallo! Ja, und vor allem wollen die verlieren, meine beiden Gegner. Ja, gleich. 3-2-1 jetzt! Wer sind denn deine Gegner? Oh, das war nicht gut. Ich fahr mal drauf. Oh, ich hasse diese Net, ne? Oh, der war gut. Ja, mach ihn rein, Junge. Ging nicht mehr. Nix da. Ich bin uneigentlich spielst und voll gefressen. Das ist eigentlich nicht gut. Yannick, mach nochmal einen Pass zu dir. Hier, einen Pass zu dir. Ja, und jetzt schießt! Oh, schade, wenn der Winkel jetzt geil gewesen wäre, wäre das richtig gut gewesen. Alles gut. Ne, 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 ist noch zwei heiß. Okay, warte. Nö, lass mal. Krieg ich nicht. Oh, oh, oh. Oh, krieg ich ganz knapp. Oh, der kommt. Oh, der hat er. Ja, ja. Hast du den nochmal? Ja. Hol' ich. Hol' ihn mal, Basti, hol' ihn. Hol' du ihn. Drauf da. Schön. Uns, uns, uns. Ach, nee. Der war da, der ist schneller da. Der ist scheiße. Ja, der ist scheiße. Oh, den hast du nicht. Basti, jetzt Gas geben, da ist keiner. Ich bin da. Ja, ich auch. Alles, alles ganz locker. Und jetzt Gas geben, niemand ist da. Ja, das kenne ich irgendwoher. Oh, was? Oh, nee, nicht für die Verbindungsprobleme. Jetzt nicht. Och, Spiel. Alles, alles gut. Denkst du wirklich, dass das mit deinem Provider so tun oder so oft hast? Das ist was Neues. Danke, Unity Media. Hallo. Ich bin mir da nicht unglaublich sicher. So, cool, ich höre ich wieder. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, Janik, bei deinem Problem, ob das wirklich vom Provider. ausgeht. Ich bin mir mittlerweile auch nicht mehr ganz sicher, aber ich hatte es halt die letzten Mal, die letzten zwei Male wieder nicht und jetzt ist es wieder da, so ganz komisch. Ich würde es vielleicht wirklich, das klingt immer am dümmsten. Ja, sehr geil, sehr geil. Das Kabel ändern. Ne, das Kabel habe ich sogar schon getauscht. Der war schön. Vielleicht muss ich nochmal die andere Ladenbuchse von meinem PC benutzen. Ich war. Nehmen wir das Laden Ding von der Switch. Ich habe auch noch einen USB-Ladenadaptor mit 246. Ich könnte es sogar bockig machen. Ja, gut. Deine, warte. Ne. Doch, der kommt. Ja. Ah, schade. Das ist ein Glück für unser Keeper hier. Aua. Ja, könnte knapp werden. Null. Sehr gut. Hast du den? Ja. Lass einfach, lass, lass, lass. Okay, die sind aber nicht so schnell. Sehr gut. Mist ey, scheiße. Ja, komm, hast du nochmal. Ja. Aber die nicht näher. Ja, komm, hast du nochmal. Ja, ja, dann sind wir dran. Ah. Ich bin tot. Oh Gott, ja. Ah, ist easy sogar. Du bist gerade durch, ein bisschen. Ah, ja, Moment, Basti schubst. Warte. Scheiße. Das ist wieder einfach ran. Ja. Basti nicht da gewesen wäre, ne. Den nehme ich mal mit hier. Ja, machst du? Ja. Oh, oh. Ja. Nicht bekommen. Ah, schade. Fahrrad weg bei mir. Schade. So, die Hälfte noch. Eis, Eis gut. Ah. Ja, ja. Ah, der gefällt mir nicht. Genau deswegen. Schön, Basti. Ah, nein. Ah, schade. Schön. Geh du drauf, ich bin ihm zwar. Ja. Ich will mich hier andrängeln. Ja. Ich hab den Ball begugelt. Wenn du dahinter stehst, ist das nicht mein Problem. Ich will mich hier umrempeln. Ja, sehr gut. Oh, oh. Das haben wir noch nicht. Aber jetzt. Nice. Jawohl. Ich bin da doof hängen geblieben, ey. Ich wollte gerade sagen, irgendwie hängst du da ein bisschen fest, ne. Ja, leider bin ich da drübergerutscht hier einmal kurz. Seit wann war ich mit dem Rücken? Und mit zwei hinten. Ja, da war wohl nicht ganz gut gespielt, ja. Muss man nicht. Ja, der ist noch, ist noch. Er hat auch nicht so viel Boost mehr. Aber der Ball, der kam gut einmal rein. Ja, ja, der muss ja davon ausgehen, dass dann beide. Ja, da war Bart nicht besser gewesen. Nee, nee. Jetzt, Dado. Schade. Oh, ja, okay, 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 okay. Ist weg. Schade. Das wär geil gewesen, ne. Oh, der kommt gut, aber da ist Yannick zuerst. Ja, aber nicht ganz gerade aufs Tor. Oh, schade. Komm, Winkel. Ja. Meiner noch. Hab ich. Oh, nimm ruhig mal. Ansichtssache. Oh. Nee. Okay. Ja. Ja, hast du den vielleicht nochmal? Nee. Hm, knapp. Oh, sehr schön, Buster. Da ist keiner mehr. Oh. Ich bin jetzt kaputt. Ich bin ich pust. Wir kommen ihn da nicht weg, leider, weil es ist schwer, den wegzubekommen. Ja, ich dachte, da krieg ich ihn halt noch. Juhu. Dem war nichts mehr. Vielleicht gegen die Bande hauen oder so. Ich weiß nicht. Oh Gott. Vorsicht. Alles gut. Ich war noch da, ich war noch da. Immer noch Atemgut. Oh, oh. Da. Dado, komm. Ich muss als erstes dran sein. Ja. Nehme ich nochmal. Ich kann nicht. Ja, immer noch nicht. Aua. Da kommt er. Oh, shit. Den hätt ich haben müssen. Nee, den krieg ich. Wir sind jetzt noch zu weit. Sind sie unsainig. Oh nein, ich hab gerne, ob ich mich lieben soll. Oh Gott. Ja, ich wollte den Ball haben. Das ist aber geil. Ja, ist alles gut. Hast du? Oh, der kommt geholt. Aber der ist am Pfosten. Oh, der geht ja noch rein. Gut abgelegt, Basti. Kann man nach vorne? Ja, geht nicht. Komm schnell, Basti, bei der Seite. Doch, doch, hast du nochmal jetzt. Nee. Nee, ich treff nur Basti. Basti, lass das. Weiter machen, Basti. Keine Ruhe. Oh Gott, nee. Basti, da wird aufgegeben. Was war das denn? Da wurde surrendert. Also ich weiß, es hat auch nichts mehr geändert, Tom, aber. Ach so? Da wurde aufgegeben. Ich stand gerade so schön da irgendwie. Stand so schön. Aber da geht noch eins. Nee, fünf, eins ist okay. Fünf, eins ist super. Da hast du ein vier. So, jetzt bin ich eingespielt, Leute. Jetzt geht's los. Sehr schön, sehr schönes Match. So, drei, zwei, eins, jetzt. Jetzt. Let's go, Janik. Let's go. Fährst du? Let's go. Okay. Du fährst, mein Freund. Mein Freund. Schönes Ding. Oh, das geknäht mir nicht. Oh, das gefällt mir nicht. Hat er, hat er. Ganz gefährlich, weil kein Boost. Okay, super. Jetzt fass ich ganz super drauf, du musst Boost holen. Ah, ja, ja, ich geh drauf. Oh, nein. Schade. Oh, den hab ich noch kurz gehabt. Oh, nee. Oh, nee. Aber das ist jetzt ein Problem, eventuell. Nein. Nicht nur eventuell, auch praktisch. Ja, dann gucken wir, wie viele Booster du noch hattest. Aber, ja. Da war meines. Der war gut runtergesprungen. Naja, meines. Ja. Oh, Gott, nee. Verdammt. Ja, das war mein Fehler. Ich hab ewig lang gewartet. Shit. Ich wollte eigentlich über Janik springen. Ich musste jetzt zuerst springen. Ja, ja, klar. Oh, jetzt hab ich Connection von dir. Ja, ich auch. Ja, Janik hostet wieder. Ich host hier gar nix. Oh, entschuldige, das war's. Ja, super. Ich hab den Ball verloren. Nein. Ja, da kommt noch ein Moment. Oh, Janik. Ja, warte. Kommt? Ja, zu schnell. Hast du da nochmal? Und, nein, nein. Nee, glaube ich nicht. Ja, schade. Hab ich? Janik? Ja, du musst grad. Janik fliegt aber noch lange. Ich fliege noch ein paar. Oh, nee. Ein paar Meter. Oh Gott. Ah, ist noch guter. Die sind in meiner spitzen Vorlagen. Ach, Basti. Oh, danke für den Booms. Nein. Oh, nein. Zwischendopp und den Ball durchgestellten. Ja, meine. Schön. Verbindung. Verbindung. I like it. Du hast Verbindung gehabt. Aber es macht keinen Sinn. Ich hab mir ganz professionell gestealt. Ah. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Hit. Fatsche, sei der. Nein, super. Oh, nein. Ja, komm. Geil. Oh, nein. Okay. Ist okay. Was sie nicht springt. Oh, ey. Ja, ne. Jetzt. Oh, fuck. Oh, ey. Jetzt. Bist du da? Ja. Ja, ich bin in Bagdad. Ich muss Boost holen. Ja. Der Ball trifft einfach nicht die Decke, ey. Ey, komm. Oh, kriegst du den ja nicht. Verbindung. Nee, nee. Alles gut. Bin wieder da. Ja, warte. Ich weiß es nicht. Ja, ne. Mach auch mal was Gutes. Ich weiß es nicht. Wusst du, als würd ich nie was Gutes tun, gerade. Oh, ja. Oh, das war mein Fehler. Gut, Yannick. Okay, ja. Yannick, jawoll. Ach, wir sind jetzt getroffen. Nicht Homebomb. Oh, ich mach jetzt Doppelpass mit Yannick. Ist nett von dir. Keiner. Wenigstens auf die Seite. Der kommt zu mir zurück. Kriegt er sogar. Ja. Und Nachschuss. Ach, nicht so hoch. Und Nachschuss. Ach, Gott. Ach, Gott. Ich weiß. Dann kriegt der Basti weg. Hups. Hups, wie ist das denn passiert? Oh, Lala. Ach. Mhm. Oh! Alles gut. Jetzt ist er nicht! Nein! Oh sorry! Du musst halt erst einmal um den Ball rumdrehen. Er ist gerade gespawnt. Ja, 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 Moment! Geht nicht, ich hab wieder zu spät. Nein! Hey! Ich hab keinen Boost leider. Oh mein Gott. Dankeschön! Nee! Die nehmen wir was dich. Janik, jetzt! Nein, Janik! So! Janu ist weg! Ah! Ja, guck! Das war überraschend! Ja, super! Dass ich deine Bälle auch halten muss! Jetzt, Janik! Jetzt, Janik! Jetzt! Kommt grad losgehen. Ah, der geht nur hoch. Oh! 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 Jetzt Janik! Nein! Nicht Janu! Oh! Oh! Gott sei Dank! Oh! 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 Ich wüsste nicht, wie ich da hinten gehöse. Ich bin gar am Knacken oder so, ne? Ja, ist gut. Einmal. Einmal hast du geknackt, dass der Ball bei euch da am Pfosten... ...ging. Mein Booth. Oh, schade. Lecker, lecker. Naja, geht so. Lecker, schmecker. Nein, nicht so gut von Yannick. Und die halbe Mitch war da. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und dann geht's weiter. Bis dann. Tschüss.